Die Häfen ein bissel aussichern, wollen wir doch einmal in den Krieg kommen. Ein paar Geschütztürme aufstellen, schau, den jetzt. In der eigenen Welt wirds sicher nicht schauen, da haben wir nämlich, glaube ich, gar nichts, was das betrifft. Ich nehme einmal ein Schiff mit, mit einem Haufen Zeug. Dann rüßt ich da einmal die Bände in die Inseln ein bissel auf. Uh, da ist die Weltkugel. Die baue ich auch irgendwo in unseren neuen Ostengsteilen. Ruder übernehmen! Was braucht man für Geschütztürme? Kanonentürme ist eh gescheiter, gell? Ja, ein bissel was von allen. Beim gescheiteren. Passt, das heißt wir brauchen Eisen und Kanonen. Halt, die nächste Wisch ist für die. Zuerst tun wir das Schiff einladen. Eisen? Was? Vielleicht nimmst du auch was mit, dass du auch eine dicke Bärte oder so bauen kannst. Auf der Hauptinsel. Hinten. Na gut, du brauchst so viel Sachen für die dicke Bärte. Wo ist denn die überhaupt drin? Unter Ingenieure. Ah ja, dicke Bärte. Die kennen schon was, gell? Seh schon. Du kannst da unten beim Baumenü umschalten zwischen Gebäudeorientiert Fortschritt und Gebäudeorientiert Typ. Achso, da längst, gell? Mhm. Dann siehst du die Sachen ein bisschen schnell auf Ende. Schwere Geschütze mehr am ganzen Hafen. Haufen. Schau. So wisch, die Schicklern ein zweites Schiff runter, wie mit... ...die anderen Sachen, was wir brauchen können. Auf, los, halten! Haben wir halt eine dicke Bärte da unten? Ja, zu viel... Ja gut, wir müssen eh. Wir brauchen nämlich dann doch einiges an Einfluss da, dass wir da ein paar Inseln reinnehmen und ein Kap drinnen, ordentlich. Wenn wir die Dinge wieder wegreißen, dann kommt der Einfluss auch nicht zurück, oder will? Das schaust, das doch. Ja, drum, wenn wir unten alles fertig haben, dann reißen wir es halt wieder weg. Äh, gut. Da gibt es eh nicht mehr zwei wirkliche Inseln, die du einnehmen kannst, weil die Hunde da schon wieder alles sein genommen haben. Hast du das Zeug da aufgeklopft, was wir ihm zurückliefern müssen? Schauen wir mal. Hä? Was? Wo? Zurückliefern? Wir haben noch eine Mission. Liefern Sie einen Blackworth trostlosen Clipper, Beweis der Zerstörung. Ah, danke. Ich hab das gerade vergessen. Ich hab das schon wieder vergessen. Irgendwer hat es schon drin, oder? Ja, ja, ich hab ja die ganze Flotte einfach wieder... Ja genau, ein Schlachtkreuz hat es drin. Neue Befehle hat mir an. Pfff, danke, ich hab das jetzt schon wieder vergessen. So, ich geh jetzt schon wieder zu Wisch. Passt. Ahem. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Von mir aus freigegeben. 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 Das war's. 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 nicht ganz aufgenommen. Wahrscheinlich war es ein zweit weg. Wirklich. Na, es sind eh nur 11 Minuten. Jajajajaja, das ist ja nichts Problem. Waren ihre Nachforschungen ein echter Gesetzeshüter? Ha, ein bisschen Geld auf unsere 1,8 Millionen. Das passt, ey. Das ist, glaube ich, das, was ich da geschickt wurde. Ja, genau, das hast du mir da geschickt. Den nehme ich gleich her für... Ja, nimm's her, hast du ja recht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, da bauen wir nachher... Nein, den nehme ich gleich her für... für Baumwoll. Niemand her für hier rein. Wie gesagt, nimm's her. Hey, der Wurz... Du oder kannst... Jajajaja, passt nicht schon. Meine Wortglauberei, ha? Ah, wirklich? Tust du eigentlich wieder streamen? Ja. Ja, haben wir zu sehr. Nein. Oh. Da hat er ein Pühlschicke vom Büro. Mit den 2 Schirmen. Hast du mir nicht schon ans geschickt? Ich kann sein, aber jetzt ziehst du das ja... In Action. Ja, ich hab ja... Denks gekriegt. Ein Foto! Ach so, hast du das aufgeschickt, das passt. Ich möchte aber... Normal steht ja da links, wo es der zweite Bildschirm steht, die ganzen Papierkram und so ein wenig, ne? Hm. Das hab ich jetzt nicht da dabei einmal auf die Seite gestellt. Der ist aber größer oder der Neue? Nein, der steht nicht der Höhe. Das habe ich größer. Okay. Das mag ich nicht, wenn das so unsymmetrisch ist. Aber es geht nicht anders, ich bring den einen nicht höher und den anderen nicht niedriger. Das ist ein wenig deppert. Okay. Den musst du besondererbringen. Das hast du noch nicht so recht probiert, nein. Das ist ja noch nicht das Problem. Aber ich hätte auch gerne rechts den Drucker weg und da im Bildschirm hängen gestellt. Ach so, okay. Und ich weiß auch nicht, wo ich den Drucker hätte was wollen. Das ist alles noch nicht so leicht. Und zu uns sind wir. Sehr well den Drucker, oder? Nein, das muss halt schon im Büro bleiben. Jetzt haben wir keine Drucker. Ja, und vielleicht beim... Naja, wenn es... Ich weiß nicht, wo es in euren Schrank dort drin ist, ob es den braucht, so einen großen dort. Schau, ja, der ist beim Voll. Und was? Schiff vom Stapel, glaube ich. Oh, allen möglichen. Okay. So. In Klogenfurt gibt es eine Mission. Könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? Sicher, noch mal. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Nein. Fotografieren Sie arbeitende Frau. Okay. Ha, geht los. Was? Oh, Futter. Was hab ich da jetzt gekriegt? Zuck, hab ich direkt reingert. Noch eine Fruchtbarkeit an. Das war irgendein Fruchtbarkeitsding, oder? Nein, das war ganz normal Zucker. Ach so. 20 Zucker. Ach, keine Sau. Genau, 20 Zucker haben wir gekriegt. So, wo sind denn bei dir die Wärmwollplantagen? Überall. Blut zwar. Lager voll. Mal ein Lager bauen. Mal ein Lager bauen. Wahrscheinlich. Mal das zweite Schiff dann nochmal dampfieren. Dann wird es eh wieder geirrt. Ach so, ja. Ein neuer Auftrag. Kann sein, dass das nicht schaden täte. Da gleich ein... Die Kriegsschiffe hier, die sind gleich einmal ein... Dampfschiff wieder gebaut. Da wird sechs Slots. Geht's dann doch gleich ein bisschen mehr weiter. Vieles stand noch. Geht's halt dahin. Geht's halt dahin. Heun... Heun... Der Teufel fordert seinen Tribut. Na gut. Unsichere Gewässer. Meuterei! Wir haben kein Plan mehr Lohn anbieten, hm? Ja. Wenn er sich bestechen lässt. Ich nehm lieber die Kampfkraft. Zusätzliche Erfolgschancen plus 45%. Na, das ist gescheiter. Die Meuterei kann im Keim erstickt werden. Sehr schön. Mit Waffengewalt. Das war doch noch das Schöne. Bereit zum Einsatz. Seemine. Neue Befehle. Ich weiß nicht, wie viele das hier bringen. So, ich hab jetzt eine kleine Ziegelreihe da aufgemacht, dass ich nicht so viele Ziegel von dir brauche. Ist gescheit. Da hab ich schon alle Inseln ausgeräumt. Ein riesen Promilie. Na, hast du was zustande gebracht? Ja, ganz genau wie ich es mach. Oh, ich hab nochmal 44.000. Jetzt sind wir bald 2 Millionen. Oh. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Achso, du. Mhm. Es war nett, wenn man das, wenn man auf das Icon klickt, gleich sieht, von wo oder wohin das geflogen ist. Weil, wenn du dann Afrikaner dazukommst, hast du nur eine Season, wo du eine Session musst überlegen musst. So, was ist das jetzt? Von wo kommt das? Mhm. Ich glaub, es kommt irgendwann wieder next an oder dann? Das werden wir nicht erfahren. Ich werde irgendwann schauen, aber. Wahrscheinlich nicht in nächster Zeit. Hm? Na, ich schau grad die Items ein wenig durch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich schätze mir das bist wieder du. Formschnittgarten. Was ist denn das jetzt wieder? Fügt neue Optionen für Pfadornamente zu ihren kulturellen Gebäuden hinzu. Okay. TNT Bombe. Flammensprüher. Angriffsgeschwindigkeit plus 100%. Hört sich nicht so glät an. Na mit. Du kannst übrigens, wenn du fertig bist mit deiner Vorbereitung, kannst du den Waffenstillstand, glaub ich, auch irgendwie brechen. So. Nein. Nein. Geht nicht drauf. Jetzt lassen wir mal die Kriegsschiffe für alle vierte bauen. Dann schau ich mal, dass ich ein paar... ein paar Dägen baue. Dann haben wir noch... Eineinhalb Stunden haben wir noch mit ihm. Ja, da haben wir noch eine wenig Zeit. Nicht das Schiff. Alles bereits. So. Dann werden wir mal ein Laie-Hum aufrüsten. Den Klipper, den werden wir jetzt für eine Handelsroute hernehmen. Ja. Erwarten neue Horizonte. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch... Goldene Seekuh. Ja. Ja, heißt das so. Passt, ja. Ja. So, jetzt fahren zwei Schiffe auf der Handelsroute. Das ist was, das gefällt mir, dass wir zwei Schiffe da jetzt... rein und her schicken. Ja. Das ist mir auch beim... beim... also bei dem... komischen Zukunft...